So, damit hat jetzt das letzte Paar getanzt. Und falls Sie einen der Elfdänzte vielleicht noch einmal sehen wollen oder sogar zu Hause nachtanzen, dann geht es natürlich und zwar online bei uns im Internet auf dancingstars.orf.at. Jetzt schauen wir aber auf die Punktetabelle von heute Abend. Miriam, wer braucht heute seine Leistung nicht zu verstecken und wer hat sich heute ein Ei gelegt? Schauen wir uns gemeinsam an. So hat heute Abend die Jury gewertet. Und auf dem ersten Platz Marjan und Willi mit 30 Jurypunkten. Knapp gefolgt Ex-Eco auf dem Platz 2 Rainer, Manuela und Susanna und Wadi mit 29 Punkten. Dann kommen Lukas und Katrin auf dem vierten Platz, Angelika und Thomas auf dem fünften. Und ein bisschen mehr anstrengen müssen sich die Fans heute Abend von Monika und Florian und Biko und Maria. Die sind nämlich auf dem vorletzten, auf dem zehnten und elften Platz. Dafür gibt es jetzt Wertungspunkte von 11 bis hinunter zu einem. Und diese Punkte gibt es eben wie gesagt auch für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause. Und das Paar, das insgesamt die wenigsten Wertungspunkte heute Abend hat, kann morgen ganz entspannt Ostern feiern, wird nämlich die Show heute Abend verlassen. Also, wenn Sie bestimmte Paare hier nächsten Freitag wiedersehen wollen, dann sollten Sie die Gelegenheit nochmal nützen und anrufen. Hier nochmal alle Tänze und alle Telefonnummern im Schnelldoklauf. Angelika und Thomas haben die 090 10 59 09 09 09 09 0 3 an. Doris und Gerhard haben die Nummer 09010, 59, 09, 12. Wollen Sie Lukas und Katrin wiedersehen? Dann bitte 09010, 59, 09, 02. Auch Monika und Florian hoffen auf die Hilfe von Ihren Zuschauern, Ihren Fans 09010, 59, 09, 09. Roswitha und Gerhard haben auch noch nicht genug und hoffen auf Ihre Stimmen unter 09010, 59, 09, 06. Susanna und Vadim, 09010, 59, 09, 10. Für Pico Maria rufen Sie an unter 09010, 59, 09, 04. Fans von Marjan und Willi, 09010, 59, 09, 08. Gregor und Lenka hoffen auf Ihre Anrufe unter 09010, 59, 09, 05. Und Rudi und Babsi wollen auch weiter. 09010, 59, 09, 01. So, so getränkt wie jetzt wird's nie mehr sein, weil, bald ist es soweit. Dann holt der böse Osterhase eines unserer Paare. Zeig her, dein Santi. Und sprich schön. Du darfst auch eins haben. Schützen Sie Ihre Favoriten vor dieser Bestie. Das Voting läuft nach 5 Minuten und dann erfahren wir, wer freut und wer geht. Die Entscheidung. Bis gleich. D D Untertitelung des ZDF, 2020